Erst in der vierten Folge zog Annemie Herren in die Sala von Kampf der Reality-Stars ein. Doch jetzt ist für sie schon alles wieder vorbei. In Folge 5 traf sie eine folgeschwere Entscheidung. Sie wollte die Sala freiwillig wieder verlassen. Unter Tränen verkündete sie ihre Entscheidung. Doch was steckt dahinter? Jetzt sprach Annemie Klartext. In der Sendung gab die Schwester des Forstebenen Willi Herren ihr großes Heimweh und gesundheitliche Probleme als Grund für den Ausstieg an. Doch war das wirklich alles? In ihrem Exit-Interview mit RTL ZWII erklärte Annemie nun über ihre Ausstiegsgründe. Ich habe die Sala freiwillig verlassen, weil ich mich nie an den Spielen beteiligen konnte und immer geschützt worden bin. Die Truppe hat dann alles für mich mitgemacht und ich finde das unfair von mir. Die machen und tun, und ich lag da quasi, wie wenn ich Urlaub hätte. Ein Ausstieg also, um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen? Nicht ganz. Sie erzählte weiter. Aber wie gesagt, das hat was mit meiner Gesundheit zu tun, und da habe ich mir überlegt, die Gesundheit geht vor. Aber es war ein Traum hier. Ihre Entscheidung bereut Annemie aber nicht. Mir geht's jetzt wunderbar, jetzt bin ich wieder in meinem Reich, alleine, und ich bin glücklich damit, stellte sie klar. Für sie war der Ausflug in As-Reality-Format in Thailand das schönste Erlebnis, was ich je in meinem Leben hatte, schwärmte sie. In dem Interview sprach Annemie Herren auch über ihre Racheaktion gegen Jenny Elvers. Sie hatte Jenny nach ihrer Ankunft am Starstrand in der Stunde der Wahrheit aus der Sendung geschmissen. Der Grund für ihre Entscheidung. Jenny habe nach Willis Tod gegen Familie Herren geschossen, und sich auf die Seite von Willi Herrens Ex-Frau Jasmin gestellt. Jenny Elvers sah das allerdings völlig anders und konnte Annemies Wahl nicht verstehen. Ich denke Jenny wird ein Problem mit mir haben, weil ich sie rausgeschmissen habe. Aber das hat auch seine Gründe, die Gründe habe ich ja auch erwähnt. Mein Bruder ist tot, er konnte sich nicht mehr wehren. Und so habe ich das auf meine Art gemacht, verteidigte Annemie ihre Aktion nun noch einmal, und betonte. Ich bereue keine Sekunde, Jenny rausgeschmissen zu haben. Keine Sekunde.